Schick den Sicherungs-Trupp rein! Wir haben einen Tod! Scheiße! Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen! Amerika wird euch holen! Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Anderson, Air Force Base. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein! Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich hab das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Mäufer bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen's mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Mäufer ist tot. Hier alles okay. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Frott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauberlandeplatz Alpha 9. Ach egal, wir hängen scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll drängen zu McGowan's Poker-Partie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahl? Lass ihn. Lass ihn. Team Bravo melden. Bravo bereit. Los. Ach du Scheiße. Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Paladin Zero Two. Wir schmieren ab. Festhalten. Ja, sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Ja. Hilf mich jetzt fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon. Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Sei wachsam, Sam. Und willkommen bei Splinter Cell Blacklist. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. Vor einem halben Jahr habe ich mit Splinter Cell angefangen, mit dem Ziel, jetzt hier bei Blacklist anzuschließen. Und das erste, was mir auffällt, Vic war beim Friseur. Scheiße, das war kein Mörser. Klang nach Katjushas. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Er ist da drüben. Bin dran. Weiter, weiter. Halt euch und sucht weiter. Das ist jetzt meine zweite Aufnahme. Denn bei der ersten war es noch ziemlich ruckelig. Da habe ich nochmal vorne begonnen. Die Lichter deiner Ausrüstung flackern auf. Wenn du im Schatten bist. Weg, nicht da weg. Ich sehe ihn da drüben, nicht nur. Mache ich, mache ich, mache ich. Räuberleiter, los, hopp. Und auch hoch. Sack. Gegner in Deckung. Deckung. Cool. Einer von uns zwei Gegner. Du nimmst den linken, ich den rechten. Alles klar. Erfasse die nächste Möglichkeit für Deckung. Und tippe Leertaste. Hey. Ja? Schmeiß die Kamera an. Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut. Denn der hier macht's nicht mehr lange. Schalten wir die Kamera ein. Ja, kleinen Moment. Die müssen den Unteroffizier herschaffen. Okay, das ist das erste Neue hier. Tödlich. Oder nicht tödlich agieren. Ich würde mal sagen, nicht tödlich. Denn Vic ist bei uns. Hey, Arschloch. Zack. Mach ich, mach ich, mach ich. Wir können jetzt auch schon drei markieren und ausschalten. Nächste Deckung. Nächste Deckung. Störsende erreichen. Ohne Flugzeuge und Raketen können sie überhaupt nicht haben. Aber sie können sterben, wie jeder. Wir sterben auch nicht. Wir sterben auch nicht. Kein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximal Schaden. Keine hübschen Spezialeffekte. Oh, da machen wir so kleine Weißen. Die warten wir mal, bis er vorbei ist. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Bring sie da und da an. Ja, da machen wir so. Wie geht's ihm? Moment, Neugschuss. Wir werden ihn gelegt haben. Ganz langsam, so Und jetzt weiter Weiter, weiter, weiter Es schafft Das ist doch der Typ von vorhin Okay, halt euch Kleiner, wir holen jetzt Hilfe Nicht Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran Wie geht's ihm? Frag nicht Charlie, wir sind da Okay, okay Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen Stillhalten, ja Ja, Blacklist Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Äh, ist da ein blauer Knopf? Ja Drück ihn Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Die Blacklist nicht stoppen Sender ist aus, Vic Ihr stoppt die Blacklist nicht Keine Hörte Vic Die Nachricht über einen großen Angriff auf den US-Militärstützpunkt auf der Insel Kuam Ubisoft präsentiert Eine Gruppe namens Ingenieurs übernommen Eine Ubisoft-Toronto-Produktion Hat ein Internet-Video mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen? Sie nennen diese Attacken Blacklist Die Blacklist, Blacklist Peter Klöckel, die Blacklist Amerika, ihr Sprügelist, Blacklist Alle sieben Tage ein neuer Angriff Wir haben eingefordert Ihr habt Soldaten in 153 Ländern Bringt eure Truppen nach Hause Sofort Oder wir werden euch angreifen Jede Woche Wir werden nicht verhandeln Wir werden die Blacklist nicht aufhalten Ihr habt sieben Tage bis zum nächsten Angriff Ihr habt die Wahl Wir sind die Ingenieurs Splinter Cell Blacklist Wie ist die Lage? Paladin One und das Fourth Echelon Team wurden aktiviert Aber wir finden Mr. Fischer nicht Sein Freund stirbt vielleicht Finden Sie Victor Cost, dann finden Sie Sam Hunderte von Toten in Guam Ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fischer Und ich habe keine Das Fourth Echelon wird sie finden müssen Doch das geht nur mit einem Anführer Sam Fischer Kommando Einer von Wicks Männern ist dabei und keine Fragen Charlie Cole Techniker Und Grim Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert Isaac Brakes Isaac Brakes Grim ist raus Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen Tut mir leid Sam, daraus wird nichts Niemand arbeitet besser mit Ihnen als Sie es tun Anna Grim Stottier, Control Willkommen im Fourth Echelon, Mr. Fischer Die beiden werden nicht mehr Freunde Nach der Sache mit Sauer Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein Irgendwas Neues zur Struktur der Ingenieurs? Noch nicht Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut Mögliche Anschläge, alle mit Countdown Wir haben fünf Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits Ich erkläre dir die Flutortaufbahn Unsere Zentrale Prototyp, Militärtransporter Und zwar voller Modifikationen Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle Es bietet alles, was du auch am Boden hast Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit Problem mit Briggs? Mein subtermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer Das kippt ich Baby, sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein Erklär erstmal alles Nachrichten und Internetdatengewinnung Prognose-Software, Foto- und Videoforensik Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme Und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI Alles in Echtzeit Ist es das, mit dem du es so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt Er wird es dir erklären Das Beste ist Du kannst alles steuern Und zwar von hier oder über dein Offset, wenn du im Einsatz bist Beeindruckend Okay, melde dich, wenn du was willst Ich muss mich um eine Bude kümmern Danke, Charlie Und wir schauen uns erstmal hier um Was es hier so alles gibt Kontaktiere deine Tochter selber über diese Leitung Machen wir doch Hallo Schatz, ich bin's Dad, hi Wie geht's dir? Ich hab die Nachrichten und das Blacklist-Video gesehen und Mir geht's gut Ich darf dir nicht sagen, was ich mache Aber Das weiß ich doch Aber geht es dir und Onkel Vic gut? Vic Ist der Grund meines Anrufs Das hat ihn in Guam Böse erwischt Aber er wird doch gesund Sag mir, dass er gesund wird Er ist ein zäher Hund Und sie kümmern sich gut um ihn Das ist keine Antwort Wo ist er? Walter Reed? Ich kann da hinfahren Ist nicht nötig Er ist mit einem Krankentransport auf dem Weg nach Landstuhl Charlie behält ihn für mich im Auge Sobald du was hörst Irgendwas Sagst du Bescheid, okay? Hörst du, Dad? Ja, versprochen Aber jetzt muss ich los Verstehe Aber melde dich ab und zu, damit ich weiß, dass du noch liebst Mach ich Hab dich lieb, Dad Ich dich auch Tschüss Die Gespräche sind wohl nur nach bestimmten Missionen verfügbar Aber wir können so nochmal anrufen Wiederholt sich das dann? Nach jeder Mission Kontakt hier Dann stand sie ja.